Nein, guck mal, du sagst gerade, du verfressenes Tier, die hockt sich vor dich hin, sagt, alter, jetzt gib mir mal gefälligst, die kriecht dir quasi in dein Becken rein, die meisten Leute beim IGP, die würden sich wünschen, dass ihr Hund so vorsitzt, wie ein Hund ausschaut, der nichts zu fressen hat, wie Abmarsch, nee, das ist zu dreist, Abmarsch.